So, und ich schieß da schön, während wir hier unten in diesem Gebilde laufen. Tschuck! Tschuck! Was ist das? Ja, die Sensationalen Frostbite Engine erlaubt es dir jedes Detail zu zerstören. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abpackelt. Verstanden? Verstanden? Nö. Lass mich mal durch hier. Lauf doch! Spaß! Und jetzt Flankenfeuer! Hu 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 hu! Das Maschinengewehr ist so... Nein! Nein! Ich will hier durch! Was hier für Teambeschuss, ey? Wenn die Nahkampfmann sind, ist das nicht mein Problem! Komm, jetzt kotzt es mich dann aber langsam mal an hier. Lad doch nach. Schneller. Ich sag nicht nur, die Mission ist richtig lang. Das dauert noch, bis die zu Ende ist. Leertaschte. Hoch mit dir. Klug. Oh, noch mal drauf. Vorzutreffen. Oh, leck mich mit dem scheiß Zibelschuss, ey. Nein. Oh. Hey, lol. Ich leb noch, ich leb noch. Bin ich Superman oder was? Oh, ich bin Captain America. Ich würde mit denen ihre Taschen immer ausmachen, das verrette ich nämlich. Keine Funktion mehr. Ich brauch mal wieder ne neue Waffe, ey. Skars. Scheiße. Ich hab's gar noch nie gemocht. Weder in Call of Duty noch in Battlefield. Okay, im Bett kommen die zwei Waffe gut. Da muss ich zustimmen. Da war's, glaube ich, auch meine beste Waffe irgendwie. Aber das ist einfach nur scheiße, ey. Stopp. Was ist das jetzt mal? Nein. Oh, dir noch ne extra Wurst. Wurst. Ah, der hat ein linkste Visier, aber... Jetzt muss ich scheiße gleich vor rein mit Munition. Lieber viel Munition und nicht so gut Zeugs drauf, als... Wenig Munition und gutes Zeugs drauf. Seht ihr das auch so, hm? Oh, fuck. T90, weg hier. Wo kommt der jetzt her? Warum könnte ich die Iranis Panzer leisten? Yeah. Lampe geht nicht aus. 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 Lauf doch mal. Bum. Ui. Bäh. Äh. Und bei dir? Okay. Okay. Das war 93 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn? Blackburn, bist du okay? Da bin ich okay. Ich bin okayer als ihr, ihr okayer. Irgendwo muss es hier rausgehen. Los. Geh zu. Was hab ich jetzt? G3. Wenigstens hab ich das noch. Hey, bitte sofort die Luftunterstützung. Die Leute mit Panzern zwangeln wieder von hier. Verstanden? Das Ding wird sie in Stücke reisen machen. Luftunterstützung steht zur Verfügung. Wenn sie rechtzeitig hier sind. Yeah, ist ein Stuhl. Hey, ich bin schon. Angeschossen. Bam. Ich glaube, das ist die Bank. Ja. Sieht ganz nach Bank aus. Ja, scheiße. Die Leute sind wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße. Burn, motherfucker. Ähm. Burn. Burn, motherfucker. Fucker. Uh, der macht's nicht mehr lange oder hat's schon lange nicht mehr gemacht. Was auch immer er gemacht hat. Okay, komm, komm. Komm schon, komm schon, komm. Oh, meser. Aber Werbung läuft immer, ne? Ist klar. Hauptsache die Werbung läuft. So. Oh! Nein, 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 ich bin lieb. Ich schwör, ich bin lieb, ich schwör. Warum denn, Javelin? Der wäre weg. Ja, ich weiß. Schon wieder einer. Jetzt doch nicht. Boom. Backburn. Also, Multiplayer geht es schneller. Das ist aber nicht der Multiplayer, mein Freund. Das ist der Real Shit und das Real Life. Das ist die Kampagne. Realer als ein reales Schlachtfeld sein kann. Das geht ab. Lauf doch zu. Teheran Hotel. Da war ein Hotel. Aber das ist ja komplett gewesen. Nö. Lauf zu. Drei, zwei, eins. Komm, 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 komm. Ich pack Schuhe. Jawoll. Ah, das ist noch ein einsamer. Zwei, drei. Wie viele sind denn das? Gut. Können wir weitergehen. Jetzt hat der gar nichts. Nichts Gescheits hat der. Nichts Gescheits. Ah, der APK. Ah, das ist doch mal schön. Ich will immer mein Ding da weg. So. Jetzt habe ich nur so, so Irani-Waffen. Außer es geht rein. Das ist ja der Deutsche. So. Wer hat das steht? Zu uns rüberklettern. Drübert mit dir. Was ist das? Laufband. Nö. Raumversorgung. Alles klar. Ja. Nobi. Aha. Und jetzt? Nein, 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 nein. Der da hängt. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Mhm. Genau. Geht nicht. Kann meine Waffe nicht wechseln. Schunk. Komm, geh da mal schneller. Die kann meine Waffe nicht wechseln. Hä, geht die ja auch. Ich bin drin. Leerter Stell. Spring, Freund, spring. Uff. Sieht nicht gut aus hier. Uh, wo kommt der jetzt her? Was da? Ich hab ihn. E. Der geht ab. Dem geht's nicht mehr gut. Sorry, musste sein. Hättest du uns in Ruhe gelassen, hätte ich dich auch in Ruhe gelassen. Noch eins. Messer, du bist dran. Alles klar, Messer. Fest. ZUHN. SZIB. Sterbt. Ach, das sind auch schon welche von uns. Sehr gut. Er macht 90! Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll ist. Nein, ich nehme das M98. Und zum Beispiel, ich die alle... Ah, fuck! Schade. Warum scheitert eigentlich die Mission, wenn ich sterbe? Wenn ich alleine sterbe? Warum scheitert eigentlich die ganze Mission? Das ist so unsinnig, ey. Messer, du bist dran. Dankeschön. Ich hab gesagt Dankeschön. Ich hab's ganz genau gehört. Dankeschön. Sparfeuer gegeben. Warum gehen die Deppen nicht von der anderen Seite ran? Das wäre doch viel sinnvoller, als dass die da in so einer Runde rumcampen und gar nichts machen. Wie hängt der da dran? Wie hängt der da dran? Nein, 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 nein. Diese Granaten machen mir Angst. Nein! Granate, Granaten von der Deckung. Oh! 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 Ich hab' den Mörser, Alter. Ich schwör. Ich bin ein Mörser, Alter. Ich schwör. Nee. Ich mach' doch nichts. Ich mach' doch nichts. Ich hab' den Mörser, wie freies Schuss fällt. Nein! Auf gut Glück. Nein! Ah! 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 Scheiße! Wo bin ich denn scheiß Zweibahn auf? Ah! 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 Warum leistet ihr euch immer noch Widerstand? Die wissen genau, dass sie verlieren. Die können's nur wissen. Angriff! Ah! 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 Epic Fail! Ah! 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 Nein, ich bin lieb! Ich bin... Ah! Wenn ich einfach gleich darum gehen können, aber EGAAL! Oh! Nein, 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 nein! Jetzt sterbe ich mich. Nö. Puh. Ich gebe euch Deckung. Da draußen ist nix mehr. Ist da ganz sicher. Ich mach Desktop kaputt. Desktop Päh kaputt. So. Oh. Der Hals sieht irgendwie lustig aus. Das ist eigentlich gar nicht lustig, aber der Hals sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß auch nicht. Aha. Geld. Überall. Bankschließfächer. Ja. Ah. Die ist besser aus für den Untergrund. Wir können jetzt abzahlen. Okay. Dann geht's durch. Dann geht's durch. Okay. Dann geht's durch. Hey. In the rich man's world oder so. E zum abzahlen. Zack. Rein mit dem Karabinerhaken. Ja. Ich hör da auf du was. Es wird nicht schlimm sein. Ja. Da steht. Also Blackoffs macht das abzahlen mehr Spaß. Du musst ja wirklich so selber machen. So. Regulieren und so. Normaler. Da steht. Boom. Dann. Iranis. Blackburn. Halt eine Blendgranate bereit. Blendgranate. Gibt's eine Multiplay-Lade nicht? Ja. Er hat nicht mal den Sicherungshebel gezogen. Nein, 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 nein. Money, 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 money. It's the funny. In the rich man's world. Okay. Die Schwarz kann aber die eindeutig bessere Entscheidung hier. Als das Schlafschützengewehr. Hier bringt einfach nur blind reinschießen. Das anders hat hier gar keinen Sinn. Garnate vielleicht noch mal hinterher. Ansonsten hat das keinen Sinn. Gezielt bringt da nichts. War's okay bei dir? Oh man, jetzt! Nein, da steht der Mittengang. Da muss man sein. Mitten in die Vorlinie zu rennen. Behindert! Du bist auch tot. Du bist auch tot. Du bist... Scheiße, fast tot. nin! Wurder jetzt şNoŒ statt der Le тест leistet. ist eigentlich so gut so die letzten ich bin es machen ich kann auch sehr viel machen in dem ich sogar um das war hier es wäre hier sehr scheiße nicht überwachen macht er da zock eine runde der zockt jetzt lasst euch doch helfen was macht der jetzt gar nichts alles klar geld was jetzt mach die tour auf e oh da ist noch platz für zwei wo zum teufel sind die anderen beiden das ist scheiße das ist aber schiel wer ist der andere keine ahnung sie kommen runter sie kommen runter wir müssen die bombe sichern und uns verpissen was ist mit den infos nein keine zeit schnappen wir uns die bombe und dann weg das ganze gebäude stürzt gleich ein hier misfit 1 3 die erführung misfit ich höre misfit wir haben scheinbar eine massenvernichtungswaffe gesichert break es könnte noch mehr geben oh misfit 1 3 kontakt bricht ab hast du massenvernichtungswaffe gesagt bitte wiederholen kein gutes zeichen oh 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 ja das sieht schlecht aus für unsere vier freunde ne wir sehen uns bei der nächsten mission genossen seht ihr ja schon ja äh bis dann ciao 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 ciao